Schön, dass du dabei bist heute bei den Buttermilch per Tarte. Dieses Rezept ist ein Renner auf meinem Blog und ich dachte, das ist jetzt auch ein Video wert. Und damit kommen wir auch gleich zu den Zutaten. Dazu brauchst du frische Hefe, Honig, Sauerteig, da kannst du auch in gekauft nehmen, Salz, Buttermilch, Wasser und Mehl. Den Sauerteig verflüssige ich mit ein bisschen Wasser und wenn das geklappt hat, dann können wir auch gleich an den Teig gehen. Die genauen Mengenangaben zu diesem Rezept und der Link zum Ausdrucken, den findest du unterhalb des Videos. Also schau da mal nach. Das Mehl kommt in die Schüssel der Rührmaschine, dann kommt die Hefe mit hinein, die Buttermilch, das Wasser. Ein bisschen was von dem Wasser hebe ich mir auf, rein zur Sicherheit, je nachdem wie trocken und feucht ein Teig ist. Dann kommt der Sauerteig mit dazu und jetzt heißt es kneten. Jetzt kommt schluckweise das Wasser mit dazu, bis es die richtige Konsistenz hat und zum Schluss das Salz. Wenn es ein schöner kleiner Teig geworden ist, dann decke ich ihn für ein bis zwei Stunden ab und lasse ihn an einem warmen Ort aufgehen. Er ist gut aufgegangen, jetzt kommt er auf eine bemehlte Unterlage und das portioniere ich so 80-85 Gramm Stücke. Und wenn das geklappt hat, forme ich sie mir rund. Das mache ich ganz gerne in der Hand, wenn du das auf dem Tisch lieber magst, dann kannst du es auch gerne da rund schleifen. Und wenn die so schön geworden sind, dann geht es ans Formen. Dazu mache ich mir erst ein bisschen Platz auf der bemehlten Unterlage und drücke mir eine Kugel flach. Sie ist ein bisschen oval, das sollte so sein und dann die eine Ecke in die Mitte und das obere Teil in die Mitte. Und jetzt zusammenklappen, so entsteht die typische Bartartform. Die Enden gut verschließen, fertig. Ich zeig es nochmal. Oben in die Mitte, unten in die Mitte, zusammenklappen, gut verschließen, so entsteht auch eine Spitze, fertig. Die kommen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech und dürfen dort nochmal 30 bis 1 Stunde ruhen, je nachdem wie warm es bei dir ist. Die Hälfte bemehle ich schon mal und den Backofen heize ich auf Maximaltemperatur vor. Und die andere Hälfte wird mit Buttermilch bestrichen und jetzt nur noch einschneiden. Einmal ganz lang in der Mitte. So circa einen halben Zentimeter tief ist das schon bei den kleinen Bartarts. Und dann kommen sie auch gleich in den Backofen. Ich habe auch ein Schälchen mit aufgeheizt, da kommt jetzt gleich ein Schuss Wasser mit rein und dann dürfen sie zehn Minuten backen. Nach zehn Minuten lasse ich den Dampf ab und bestreiche die Bartarts, die ohne Mehl sind, mit etwas Olivenöl. Den Tipp bekam ich mal von dem Bäcker und dann werden die Ränder richtig schön kross. Nochmal fünf Minuten backen und dann kann ich sagen, viel Spaß beim Genießen. Sie lassen sich übrigens auch wunderbar einfrieren. Wenn dir solche Rezepte gefallen, verlinke ich dir gerne noch ein paar Brot- und Brötchenrezepte. Bis dann, deine Silke von Rezepte Silkes Welt.